Am Sonntag, den 4. Januar, gastiert die Show Mamma Mia im Kurhaus von Bad Neuenahr. Das Musical ist weltweit mit elf Ablegern erfolgreich und begeistert nicht nur ABBA-Fans mit tollen Melodien, Kostümen und einer großartigen Tanzperformance. Erleben Sie A Tribute to ABBA, the Music Show, am 4. Januar um 18 Uhr in Bad Neuenahr. Tickets hierzu gibt's bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter eventim.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017